Hallo, ihr seht, ich bin wieder in dem Flugzeugspiel. Diesmal werde ich allerdings ein Segelflugzeug verwenden. Ich habe seit dem letzten Video nicht weitergespielt. Ich habe seit dem letzten Video nicht weitergespielt und versuche jetzt noch mehr Geld zu kriegen. Da ist mein Segelflugzeug. So. Ich fliege hier. So. So, mein Segelflugzeug und die weißen Kreise, das sind die Auftriebgebiete, wo ich mein Segelflugzeug steigen lassen kann. Hm, gerade sieht es aus, als würde ich da nicht so leicht hinkommen. Hm, 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 hm. Bin ich wohl an einer blöden Stelle gestartet. Ich meine nur, vielleicht nicht ganz so schlau. Bam. Am Arsch. Naja, ne. Neustart. Dieses Flugzeug konnte ich noch nie leiden. Hm. Naja. Was sagt's? Hier ist noch ein Luftström. Hier ist noch ein Luftström. Ah, hier ist noch ein Luftströmung. Ah, hier ist noch ein Luftströmung. Nee, ich habe noch ein Luftströmung. Hier ist noch ein Luftströmung. Das ist immer so ein alter, das ist ein Keller. Doch, aber die, die Kühne, die Kühne, die Kühne. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.